Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu RERI PVTV, der Tag mit aktuellen Meldungen aus der Photovoltaik-Branche im In- und Ausland, zusammengefasst für Sie in Kooperation mit dem Solar-Server. Schön, dass Sie reingeklickt haben. Gestern äußerte sich Suntec Power Holding, der weltweit größte Produzent von Photovoltaik-Modulen aus China, zu der Handelsbeschwerde, welche die SolarWorld AG bei der Europäischen Kommission eingereicht hat. Suntec weist, SolarWorlds Vorwürfe, illegale Subventionen erhalten zu haben oder Solarprodukte in Europa zu Dumpingpreisen zu verkaufen, zurück und wird jede Untersuchung voll unterstützen. Als Marktführer mit globaler Präsenz und Kunden in 80 Ländern wird sich Suntec auch künftig an faire internationale Handelsmethoden halten, sagte Jerry Stokes, Präsident von Suntec Europe. Stokes ergänzte, Suntec habe in den letzten Jahren Ausrüstung und Material für etwa 600 Millionen Euro von Herstellern aus europäischen Ländern bezogen. Die SolarWorld AG reichte eine Handelsbeschwerde bei der Europäischen Kommission ein. Das Unternehmen erhebt Dumpingvorwürfe gegen chinesische Photovoltaikhersteller. Die Europäische Kommission hat nun 45 Tage Zeit zu entscheiden, ob sie eine Untersuchung durchführt. Weder die Europäische Kommission noch SolarWorld äußerten sich bislang zu der Beschwerde. Das Bündnis Coalition for Affordable Solar Energy verurteilte allerdings den Schritt. Das chinesische Handelsministerium warnte bereits vor Vergeltungsmaßnahmen. Die Beschwerde von SolarWorld könnte den Handelsstreit, der sich zwischen den USA und China entwickelt, nach Europa tragen. Dies könnte weit stärkere Konsequenzen für die weltweite PV-Industrie haben, da der europäische Markt größer ist als der US-amerikanische. Das chinesische Handelsministerium kündigte gegenüber der Zeitung China Daily an. Wahrscheinlich Gegenmaßnahmen einzuleiten, sollte der Antrag von SolarWorld bei der Europäischen Kommission Anklang finden. Laut der fünften Ausgabe des Industriejahresberichts über den Photovoltaik-Wechselrichter von IMS Research aus Großbritannien wird der weltweite Markt für PV-Wechselrichter 2012 um 23% wachsen und ein Volumen von fast 32 Gigawatt erreichen. Der Gesamtausblick der Studie The World Market of PV Inverters auf die Umsätze der Industrie ist jedoch ernüchternd. Die Autoren gehen für 2012 von nur 3% Wachstum aus. Das Marktvolumen würde dennoch erstmals 5,8 Milliarden Euro erreichen. Die städtische Behörde für Wasser- und Energieversorgung von Los Angeles hat ihr Photovoltaik-Kraftwerk Adelanto mit 11,4 Megawatt Nennleistung in der kalifornischen Mojave-Wüste eröffnet. Die US-Tochtergesellschaft der SolarWorld AG hat die Komponenten für das Kraftwerk entwickelt und geliefert. Darunter sind 46.000 SolarWorld-Module mit jeweils 250 Watt Nennleistung sowie Montagesysteme vom Typ Sunfix. Die Komponenten wurden in den USA hergestellt, ebenso Wechselrichter und weitere elektrische Komponenten des Kraftwerks. Das PV-Kraftwerk Adelanto befindet sich auf einem 16 Hektar großen Grundstück 100 Kilometer nordwestlich von Los Angeles, nahe der Stadt Adelanto. Es wird über ein Umspannwerk mit dem südöstlichen Stromnetz des Energieversorgers verbunden, in das auch Windenergie aus Südkalifornien und Strom aus einem kohlebetriebenen Kraftwerk im US-Bundesstaat Utah mit 1,8 Gigawatt Nennleistung eingespeist wird. Der Internationale Verband für Maschinen- und Gerätehersteller der Photovoltaikindustrie, kurz IPVEA, weitet seine Aktivität auf das Arbeitsgebiet Energiespeicher aus. Dies wurde nach Prüfung einer Studie auf einem Mitgliedertreffen beschlossen. Viele Hersteller, die in dem Verband organisiert sind, entwickeln bereits Systeme zur Produktion von Komponenten für die Energiespeicherung. IPVEA bietet umfangreiche Kontakte und Partnerschaften zum Energiespeichermarkt sowie neue Netzwerkmöglichkeiten bei entsprechenden Konferenzen und Ausstellungen. So will der Verband seine Mitglieder gezielt mit Informationen über die Energiespeicherung, über Smart Grid-Märkte sowie neue Technologien und Anwendungen unterstützen. IPVEA öffnet sich damit auch für neue Mitglieder, um eine stärkere Plattform für Photovoltaik- und Energiespeicherunternehmen zu werden. Frankreichs erste netzgekoppelte PV-Anlage feiert ihr 20-jähriges Bestehen. Jetzt bestätigt eine Laboruntersuchung, den dort installierten Modulen kaum an Leistung verloren zu haben. Die 1-KW-Anlage im französischen Louis hat lediglich 8,3 Prozent ihres ursprünglichen Ertrags eingebüßt. Die Untersuchung wurde von der zum Staatlichen Solarforschungsinstitut INES gehörenden Behörde für Atomenergie und Alternative Energien und dem Zertifikationslabor CERTISOLIS durchgeführt. In Anbetracht der technischen Entwicklung in den vergangenen 20 Jahren ist die Leistung der Module besonders bemerkenswert. Die Carpe Wego Holding AG aus Holzkirchen, Entwickler und Betreiber von Anlagen und Kraftwerken für die solare Stromerzeugung, hat über ihre Beteiligung an der Earthshift Energy LLC ein Portfolio von Photovoltaik-Projekten in Kalifornien, USA platziert. Die Projekte umfassen ein Volumen von 17 Megawatt mit einem Wert von mehr als 65 Millionen US-Dollar. Die Projektentwicklung erfolgte in Zusammenarbeit mit einem der führenden nordamerikanischen Solarprojektierer. Überdies seien für den produzierten Solarstrom bereits langfristige Abnahmeverträge mit kalifornischen Energieversorgern geschlossen worden, sogenannten Power Purchase Agreements, kurz PPA. Insgesamt plant Carpe Wego in den USA für das Jahr 2012 weitere Photovoltaik-Kraftwerke mit einem Volumen von mehr als 30 Megawatt zu projektieren und zu realisieren. Das waren Sie soweit die Meldungen für heute. Morgen sind wir zur gewohnten Zeit wieder für Sie da. Klicken Sie sich rein. Ihnen noch einen schönen Abend. Bis dahin. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.